Hi, ich bin Marvin und ich bin Dr. Rand hier im Fraunhofer IGW. Ich forsche an einem nachhaltigen Thema und zwar der Submersenkultivierung von höheren Pilzen. Diese höheren Pilze sind quasi die Pilze, die man aus dem Wald oder dem Supermarkt kennt. Das, was man da sieht, sind allerdings nur die Fruchtkörper. Der Großteil des Pilzes wächst allerdings im Untergrund verborgen in Form von einem Netzwerk aus filigranen Fäden, dem sogenannten Mycel. Wir hier im IGW kultivieren nur das Mycel. Dieses Mycel kann man auf verschiedenen Reststoffströmen wachsen lassen. Wir kultivieren das Mycel auf diesen Reststoffströmen, um damit Biomasse mit einem hohen und für die Ernährung wertvollen Proteingehalt zu schaffen. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, da ich selber liebend gerne Pilze sammle und sie auch esse. Ich bin überzeugt davon, dass Pilze die Welt verbessern können. Im Vergleich zu Pflanzen besitzen sie kein Chlorophyll, deshalb spricht man hier auch von der nichtgrünen Revolution. Ich bin überzeugt davon, dass jumped im Hintergrund ver discovering this Studium. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020